Hi Leute, hier ist wieder eure SkalaDorissa zu einem weiteren Video zum Stream-Marathon. Ich habe ja gesagt, dass wir am Freitag einen Kingdom Hearts Community Run machen und ich möchte jetzt mal erklären, was das ist, ein Community Run bedeutet, dass ihr alle sozusagen mit mir bzw. gegen mich anspielt. Das heißt, so viel wie, ich hatte ja jetzt den Community Run für drei Stunden eingetragen, es kann vielleicht ein bisschen länger werden. Das bedeutet, in der Zeit versuchen alle, die teilnehmen, so weit zu kommen, wie es geht. Ihr müsst nicht mit streamen, ihr könnt einfach, wenn wir anfangen, alle, wir machen alle zur gleichen Zeit die PS3 oder die PS2 an, fangen das Spiel an. Und zwar Kingdom Hearts bzw. Kingdom Hearts Final Mix, da gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Fangen wir gleichzeitig an und wir versuchen innerhalb dieser Stunden, die ich dafür eingetragen habe, so weit zu kommen, wie es geht. Die Leute, die den Final Mix spielen, dürfen die Final Mix-exklusiven Cutscenes überspringen, alle anderen nicht, da diejenigen, die nur die PS2-Version haben, sonst in einem Nachteil wären. Es wird keinen Preis dafür geben, sondern es geht lediglich darum, wer am schnellsten, am weitesten kommt. Dazu sei außerdem gesagt, gespielt wird auf Profi Kingdom Key Only. Das heißt, ihr dürft kein anderes Schlüsselschwert auswerten. Ich vertraue euch da mal, dass ihr da nicht bescheißen und ein anderes Schlüsselschwert nehmt. Und es geht einfach nur darum, um zu zeigen, wie weit man kommt. Ihr braucht keinen Screenshot davon machen, kein Foto davon machen, nichts. Wir sagen dann am Ende des Runs nur im Chat, wer am weitesten gekommen ist. Und bei mir seht ihr dann ja, wie weit ich gekommen bin. Also ich kann nicht lügen. Ich bitte auch, dass ihr nicht lügt. Und es ist einfach ganz simpel. Wir machen zusammen an. Wir spielen auf Profi Kingdom Key Only. Keine Null-Erfahrung. Das bedeutet, es wird gelevelt. Donut und Goofy dürfen ausgerüstet werden. Sora darf ausgerüstet werden, bis auf das Schlüsselschwert. Und es wird einfach so weit gespielt, wie es geht. Und das war es dann auch so weit. Das sind eigentlich die gesamten Regeln. Ganz kurz und knackig. Wann geht der Run nochmal los? Morgen um 21 Uhr geht das Ganze dann los. Freitag, den 22.05.2015 von 21. Also 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr und vielleicht eine kleine Verlängerung. Dann, wenn der Stream endet, endet auch der Community Run. Ich werde das vielleicht in Zukunft öfter mal machen. In Streams, aber dann nicht im Marathon. Sondern einfach mal so. Und dann finde ich einfach, das ist ganz gut, um mit der Community was zusammen zu machen, da ich nicht so viele Multiplayer-Games besitze. Und versuche das halt so ein bisschen zu etablieren. Hab mir gedacht, beim Stream-Marathon, Stream-Spenden-Marathon ist es das Beste. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und ich würde dann sagen, alle, die teilnehmen möchten, sollen dann einfach morgen dazukommen. Und ich würde sagen, bis dann, Leute. Bye, bye.